Sie heizen Ihr Zuhause bereits mit Strom? Das Energiesystem von heute ist noch stark an Großkraftwerken orientiert. Doch zunehmend kommen regenerative Energien hinzu. Hier setzen die rund 60 Partner des Projekts C-Cells an und schaffen innovative Lösungen für die Stromnetze von morgen. Die Idee ist, die Elektrospeicherheizungen, Wärmepumpen und Kälteanlagen der Projektteilnehmer immer dann mit Strom aus erneuerbaren Energien aufzuladen, wenn möglichst viel davon zur Verfügung steht. Dafür werden die alten Zähler durch intelligente Messeinrichtungen ersetzt. Die Steuerung der Wärmeanlagen erfolgt über das virtuelle Kraftwerk der SWM. So entsteht ein gleichmäßiges Wärmeniveau im eigenen Zuhause und der Wohnkomfort steigt fühlbar. Machen Sie mit! Machen Sie mit!